Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es um das Signaturverfahren von Schnorr und das ist tatsächlich auch eins von den Signaturverfahren, die in der Praxis wirklich angewandt werden beziehungsweise es ist die Grundlage für den Digital Signature Algorithm, den ich euch im wahrscheinlich übernächsten Video zeigen werde. Aber ein Beweis zu dem, also ein Sicherheitsbeweis zu dem Signaturverfahren von Schnorr werden wir trotzdem nicht machen. Ich habe was anderes cooles fürs nächste Mal, das schauen wir uns dann an. Okay, also wie sieht das Ganze aus? Ich schreibe gerade mal kurz Schnorr drüber und das ist im Prinzip auf D-Log basierend. Bisher hatten wir uns immer mit RSA beschäftigt oder mit einer D-Log Einmal-Signatur. Dieses Mal wollen wir ein richtiges Verfahren, das tatsächlich beweisbar sicher ist und auf dem D-Log Problem basiert anschauen. Genau, okay. Also was brauchen wir dafür? Wir haben eine Gruppe G, logischerweise wieder mal mit Anzahl an Gruppenelementen Betrag Groß G. Wenn es euch zu schnell geht, dann schaut euch bitte meine anderen Videos an. Bitte, bitte, bitte. Das ist wirklich, ja ich wiederhole mich sonst für die Leute, die die ganze Serie gesehen haben, 100 Mal. Ihr müsst nicht mal die ganze Serie sehen. Es reicht, wenn ihr ab digitale Signaturen anfangt. Also die Ordnung oder die Anzahl an Elementen ist Prim und wir haben Generator klein g. So, wir haben auch eine Hash-Funktion gegeben. In dem Fall sagen wir einfach nur h dazu. Das ist alles das, was wir schon haben. Das steht auch jedem zur Verfügung, auch unserem Gegenüber. Okay, was der Gen-Algorithmus macht, wisst ihr im Prinzip schon. Das ist nicht viel anderes als das, was er bisher immer gemacht hat. Er zieht sich ein x zufällig aus den ganzen Zahlen modulo p, also quasi, ja, random, oh, hey, was soll das? Aus z modulo p. Dann berechnen wir uns ein y, das definieren wir als g hoch x. Sagen, dass der Public Key pk gleich, ey, klein, ich habe doch gerade eben schon, naja, egal. Der Public Key ist klein g, also der Generator und unser y und der Secret Key, wie immer, ist x. So, der Sign-Algorithmus, Sing-Algorithmus, okay. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist hier in der Serie. Das ist tatsächlich sehr witzig. Ich hätte gedacht, ich tippe öfter Sing, jetzt wo ich weiß, dass ich das machen kann. So, was wir als erstes machen, wir ziehen uns einen Zufallswert, auch aus z modulo p, also quasi genauso einen Zufallswert, wie den, den wir hier schon die ganze Zeit für x genommen haben. Quasi genau dasselbe ziehen wir uns auch jetzt als r hier raus. So, dann berechnen wir ein t als g hoch r. Ja, mhm, ist okay. Also ein t als g hoch r. Ein c, ich schreibe das gerade mal in dieselbe Zeile, dann wird es hier unten nicht so eng. Ähm, egal. C definiert als der Hashwert von diesem t hier, gefolgt von, direkt gefolgt von der Nachricht m. So, das ist jetzt neu tatsächlich, aber das macht nichts. Das werden wir einfach nachher zum Berechnen, beziehungsweise zum Überprüfen brauchen. Und, ähm, ja, was wir jetzt hier noch berechnen, ist mit diesen beiden Sachen, oder mit quasi nur dem c, definieren wir uns ein s als c mal x plus den random Zufallswert r. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen mehr, als wir bisher gemacht haben. Achso, halt, stopp, wir haben ja noch gar keine Signatur definiert. Okay, ähm, das ist ein bisschen mehr, als wir tatsächlich gemacht haben, aber das macht nichts. Wir werden gleich sehen, dass das alles kein Problem ist. Das ist nur ein bisschen mehr Rechnerei, aber es hilft uns, um das Ganze als sicher zu beweisen. Das dürft ihr dann übrigens mal machen. Ähm, wie gesagt, ich mache das nicht nochmal. Allerdings auch nur im ROM, also im Random Oracle Modell, sicher das Ganze hier. Ähm, nicht im Standardmodell. Und, ja, auch nur, wenn man logischerweise den diskreten Logarithmus als hart annimmt. Vergesst nicht, dass ihr hier mit einer Hash-Funktion, die im Random Oracle ist, dürft ihr alles programmieren. Das heißt, ihr dürft sagen, ich hätte jetzt gerne mein Hash-Wert von irgendeinem bestimmten Wert fest auf, keine Ahnung, 2 oder sowas. Das dürft ihr tatsächlich machen. Okay, was jetzt beim Verify-Algorithmus passiert, ist der Public Key. Und die Nachricht und die Signatur werden reingestopft. Und was rauskommt, ist folgendes, wir überprüfen, ob G hoch S, also der Generator, hoch diesen Wert S, den wir hier bekommen haben, ob der gleich ist wie Y. Y haben wir ja auch gekriegt, das steckt ein Public Key drin. Y hoch dem Hash-Wert von T. Also dieses T steckt ja auch in der Signatur drin. Das heißt, wir haben dieses T hier auch wirklich gegeben. Hash-Wert von T und M, also direkt gefolgt von M im Prinzip, mal T. So, warum ist das jetzt korrekt? Wir nehmen jetzt einfach mal diese Gleichung hier und überprüfen, warum das ganze Ding korrekt ist. Setzen hier ein, für T können wir G hoch R einsetzen. Ich mache das Ganze jetzt mit Copy-Paste. T und G hoch R ersetzen. S können wir ersetzen mit dem ganzen Kleideradatsch. Ach komm schon, war das jetzt wirklich nötig? So, alles logischerweise in die Potenz rein. Und Y können wir ersetzen jetzt, da wir es nur überprüfen wollen, ob es korrekt ist. Y ist G hoch X. Im Prinzip dann ein Mal H von T, M. Und da wir hier denselben, dieselbe Basis haben, können wir hier tatsächlich auch Plus schreiben und das Ganze in Exponenten reinziehen. So, jetzt können wir C ersetzen mit diesem Hash-Wert. Oder wir ersetzen einfach diesen Hash-Wert hier mit C. Also, dann steht da G hoch X mal C plus R. Und hier steht G hoch C mal X plus R. Was offensichtlich dasselbe ist, weil die Multiplikation ist kommutativ. Das heißt, ihr dürft die beiden vertauschen. Und offensichtlich gilt dann, dass die beiden gleich sind. Und somit stimmt unser Verify-Algorithmus, sofern denn hier Sigma eine gültige Signatur ist. Okay, den Sicherheitsbeweis, den überlasse ich wie gesagt euch. Nächstes Mal schauen wir uns an, warum denn tatsächlich in diesem Verfahren hier sehr gut generierte Zufallszahlen extrem wichtig sind. Und wir nehmen einfach an, dass wir keine guten Zufallszahlen haben und schauen uns an, was dann passiert. Okay, ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.